Kiffen ist nicht cool, so ist der Name der neuen Initiative der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig, die heute gestartet ist. Damit möchte sie insbesondere über die sozialen Netzwerke, Jugendliche und junge Menschen über die Gefahren des Kiffens aufklären. Kiffen ist überhaupt nicht gefährlich, sagt ein Amtsrichter Andreas Müller, der jetzt Verfassungsbeschwerde gegen das Verbot von Cannabis eingelegt hat. Wir haben darüber berichtet. Wie kann das sein, dass wir auf der einen Seite einen Amtsrichter haben, der sagt, wir müssen Cannabis legalisieren, das mit einem hundertseitigen Dokument unterfüttert und auf der anderen Seite natürlich die Bundesdrogenbeauftragte, die sagt, das ist alles viel zu gefährlich. Wir müssen die jungen Menschen wegbringen, nicht nur vom Alkohol, vom Rauchen, sondern auch vom Cannabis. Heute ist die Initiative vorgestellt worden und das Ganze ist auch stattgefunden, hat stattgefunden im Rahmen einer Pressekonferenz. Da will ich mal schnell einen Blick reinwerfen, damit ihr seht, was da so besprochen worden ist. Ich gehe da nachher noch ein bisschen tiefer drauf rein. Das ist jetzt erstmal Heidrun Theist. Das ist die Chefin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Sie sagt zum Thema Kiffen folgendes. Deshalb können wir festhalten, je früher, je häufiger und je intensiver Cannabis konsumiert wird, umso größer ist das Risiko, letztendlich und besonders bei den Jugendlichen, die eine Prädisposition mitbringen, an einer Psychose bis hin zu einer Schizophrenie zu erkranken. Und mir ist sehr im Gedächtnis, auch bei einer Pressekonferenz, der Bericht eines Kollegen aus einer psychiatrischen Klinik, der wirklich sehr, sehr beeindruckend darüber gesprochen hat, über seine Patientenklientel und dass eben zunehmend junge Menschen kommen, die an einer Psychose erkranken. Ja, das Heidrun Theist, die sagt, wenn sehr junge Menschen Cannabis konsumieren, können sie in eine Psychose hereingeraten. Deswegen müssen wir warnen. Wie diese Warnung aussieht und ob die Aktion dann auch bei den jungen Menschen ankommen wird, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und wenn ihr über solche Rechtsfragen wie jetzt Cannabis up to date bleiben wollt, wenn ihr wissen wollt, wird das jetzt legalisiert, wird das nicht legalisiert, dann lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, denn wir beobachten auch in diesem Bereich die Rechtsentwicklung sehr genau und halten euch da immer up to date. So wie eben ganz aktuell wir berichten wollen über eine Kampagne, die seitens der Drogenbeauftragten Daniela Ludwig von der CSU gestartet worden ist. Heute ist die Kampagne gestartet worden und die Kampagne soll da ansetzen, wo sich die jungen Leute befinden. Eben nicht mehr auf großen Plakat wenden, sondern im Internet bei TikTok, Instagram, YouTube und Co. Das heißt, hier werdet ihr auf YouTube künftig kurze Spots der Drogenbeauftragten sehen und diese Spots sollen erst einmal aufklären. Sie wollen nicht euch jetzt Verbote aussprechen, wollen nicht unbedingt euch nochmal vorführen, dass Cannabis aktuell entsprechend illegal ist. Nein, diese Spots sollen aufklärerisch tätig werden. Warum sie selbst der Meinung ist, dass das unbedingt erforderlich ist, hat Daniela Ludwig in der Pressekonferenz auch gesagt. Ich schaue mal, ob ich die Stelle jetzt finde. Wir springen da direkt mal rein in die Pressekonferenz und gucken. Ich meine, ich hatte mir das hier rausgeschrieben, dass sie dazu hier was sagt. Ich kann gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Cannabis die illegale Droge bei den jungen Menschen Nummer eins ist. Die Neugier ist nach wie vor ungebrochen und seit 2011 steigt auch der Cannabiskonsum wieder an. Und wir wissen auch, oder ich weiß das auch, aus vielen Gesprächen, sowohl mit Eltern als auch mit vielen Lehrern übrigens, die mich anschreiben, dass es eine durchaus große Unsicherheit gibt, wie gehe ich denn mit dem Thema um? Und wie spreche ich Kinder und Jugendliche an? In der Schule, zu Hause am Küchentisch, im Verein, beim Weggehen tatsächlich, wenn ich den Eindruck habe, da gibt es Gesprächsbedarf. Und deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, dass wir uns, genauso wie wir das übrigens erfolgreich bei Tabak und Alkohol getan haben, uns jetzt auch dem Thema Cannabis ernähren und zwar mit einer Präventionsarbeit, die jugendgerecht ist und die auf Augenhöhe passiert. Ja, also hier wird also klar gesagt, wir machen Prävention. Wir wollen die jungen Leute ansprechen und sie aufklären über die Gefahren von Cannabis. Ich persönlich muss sagen, wenn es um ganz junge Leute geht, habe ich das auch schon mal gelesen. Da gab es einen sehr erschreckenden Bericht von Leuten, die schon in frühen Jahren mit 13, 14 Jahren angefangen haben. Im Spiegel gab es den Bericht, Cannabis zu konsumieren und das hat da offenbar zu schlimmsten, schlimmsten Schäden geführt. Offenbar war da, jedenfalls nach dem Spiegelbericht, den ich gelesen hatte, den ich wirklich erschreckend fand, die Meinung, alles unter 25 Jahren, absolutes No-Go, bloß kein Cannabiskonsum über 25 Jahren, eher vergleichbar mit Alkohol. Aber darunter schlimmste Schäden, hoch, hoch gefährlich. Das war so die Meinung und das scheint mir auch der Fall zu sein, warum die Bundesdrogenbeauftragte jetzt ausgerechnet über TikTok und Co. rangeht, um da Aufklärungsarbeit zu leisten. Es gab im Vorfeld auch schon andere Versuche. Man sieht hier eine Webseite, die heißt drugcom.de. Also wer sich da informieren möchte, kann da mal vor Bauschalen. Alles über Cannabis, Suchtberatung online ist das, drugcom.de. Also alles über die Wirkung aller Drogen, aber jetzt nicht im, ich würde mal sagen, positiven Sinne, sondern warum, ja genau, warum Kiffen jetzt gerade nicht gerade optimal ist, was die Risiken sind und so weiter. Oder ob man zu viel kifft. Es ist also jetzt auch nicht nur, dass man das komplett negativ immer darstellt, sondern sagt, hast du das Ganze noch im Griff? Und mit dieser Macht dich schlau Kampagne, die die Agentur Bassmedien gewonnen hat jetzt und heute, die heute vorgestellt worden ist, soll eine Ansprache wie folgt erfolgen. Man sagt jetzt erst einmal, dass die Herausforderung ist, die Aufmerksamkeit überhaupt bei den Jugendlichen noch zu erreichen. Denn die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne, das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, liegt mittlerweile nur noch bei einer Aufmerksamkeitsspanne unter dem eines Goldfisches. Also man konzentriert sich nicht mehr, konsumiert schnell, 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 schnell. Und junge Leute schauen eben mit dem Smartphone in der Regel bei drei Social Media Plattformen vorbei. Cannabis, so wurde es auch gesagt. Naja, ist mittlerweile, hier sieht man rechts dieses Abi-T-Shirt Cannabis, also Abis. Wir haben es durchgezogen. Ist mittlerweile sehr liberal die Einstellung geworden. Wir müssen in den Kontakt kommen über Instagram, über so Umfragen wie, bist du neugierig auf Cannabis, man muss Communities bilden. Das ist sozusagen die Idee, die jetzt hier vorangetrieben wird. Und man möchte keine Belehrungen, sondern Fakten. Also nicht belehren, sondern Fakten. Wobei man natürlich auch sagen muss, jedenfalls das ist meine Meinung, wie viele Fakten da schon immer gesichert sind. Das ist ja die große, große Diskussion. Wie sehr kann man sagen, was sind wirklich Schäden, die angerichtet werden? Ja, also man sieht hier einminütige Cannabis-Fakten. Die sollen bei Instagram und Co., bei TikTok vielleicht, da geht ja auch eine Minute, veröffentlicht werden. Das ist sozusagen der Inhalt, der macht die Schlau-Kampagne. Und die Pressemitteilung dazu sagt hier, das ist von der Drogenbeauftragten, Daniela Ludwig. Ich habe euch die Links hier unten auch nochmal alle zusammengefasst. Jetzt sagt hier die Drogenbeauftragte, beziehungsweise von Dr. Theis von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wir beobachten steigendes Interesse mit zunehmendem Alter. So haben 18- bis 25-Jährige zu 42,5% bereits Cannabis konsumiert. Und tatsächlich ist das noch, die haben das bis 25 gemacht, weil das auch noch eine Risikogruppe ist. Diejenigen, die dort eine gewisse Voraffinität oder Vorerkrankung haben, können dann offenbar tatsächlich da sich einer Gefahr aussetzen. Richtig bedenklich, das muss ich eigentlich auch ganz offen und ehrlich sagen, finde ich das hier. 10% der 12- bis 17-Jährigen hatten bereits einmal Cannabis konsumiert. Das finde ich auch schon krass. Wobei, wenn man da sieht, da sind ja auch die 17-Jährigen mit drin. Dass es da so losgeht, kann man sich schon vorstellen. Und dann kann man sich auch die Gegenfrage immer wieder zum Alkohol stellen. Weil, ja klar, nur da wiederum glaube ich, jedenfalls das, was ich im Spiegel gelesen habe, der ist natürlich auch nicht. Der weiß ja letzter Schluss, dass genau in der Gruppe, eigentlich bis zu 25 Jahren, das ziemlich heftig gefährlich sein kann. Je jünger die sind, oder solange das Gehirn noch wächst. Das ist das, was ich nur als Wissen habe, aber als absoluter Laie. Also bitte schön, mich da nicht aufhängen. Die Kampagne selbst, ja, da muss man jetzt mal schauen. Und meines Erachtens, finde ich jedenfalls, sollte man das Ganze auch dann mit einer Legalisierungskampagne vielleicht verbinden. Das wäre ja etwas, wo ich sage, können wir nicht mal hier so einen Rundumwurf machen und sagen, klar, das wird legalisiert, aber vielleicht ist ab 25 erlaubt. Wäre das vielleicht ein Mittelweg, den man hier gehen könnte. Aber nein, natürlich, die Drogenbeauftragte hat natürlich so im Kopf, wir müssen alle Drogen möglichst verbieten und verhindern. Also von Legalisierung war jetzt hier ehrlicherweise keine Rede. Das heißt, es wird sehr spannend eigentlich, was das Verfassungsgericht entscheidet. Das hängt ja gerade da. Das Video habe ich auch unten nochmal verlinkt. Bisweilen, allerdings ist Cannabis natürlich noch illegal und deswegen läuft jetzt parallel diese Kampagne. Hier, vielleicht noch ein letztes bisschen, was dazu gesagt worden ist. In der Live-Pressekonferenz, da ging es vor allen Dingen um die Wirkung der Kampagne und wie das laufen soll. Wer sich das angucken will, schaut sich da auch den Link an. Ich meine, es war bei Minute 5, da wurde auch der Slogan dann genannt. Gehen wir mal rein. Es ist cool, nicht zu kiffen. Und deswegen brauchen wir eine bundesweite, ehrliche und auch mutige Kampagne, die die jungen Leute auf Augenhöhe erwischt. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht mit dem strengen Gesicht und nicht gleich mit einem Verbot, sondern dass wir ihnen auf Augenhöhe begegnen, sie für so selbstverantwortlich halten, dass wir mit ihnen auch über die Wirkungen von Cannabis offen reden können. Also ihr seht schon, wie bei den jungen Leuten das Video hier angekommen ist. Das war jetzt wahrscheinlich nicht anders zu erwarten. 353 Daumen runter, 28 drauf. Vielleicht ist das auch der Grund, warum das Gesundheitsministerium dieses Video auch gar nicht erst auf gelistet gestellt hat. Nicht gelistet. Fand ich ja auch interessant, warum listen die das nicht? Ich hatte es nämlich gesucht beim Bundesgesundheitsministerium. Wir stehen vor einer der größten Videos, war das gar nicht mit drauf. Also das sind ja solche schönen Videos eher, aber die Pressekonferenz ist offenbar nicht gelistet. Aber gut, sie ist geteilt worden und hier unten gehen natürlich die Kommentare auch schon ganz ordentlich los. Ja, mich würde interessieren, was meint ihr? Ist das vielleicht sogar auch aus eurer Sicht eine sinnvolle Kampagne? Dass man sagt, aufklären kann man ja, solange man nicht falsch aufklärt. Und wenn man jetzt sagt, dass besonders die jungen Leute betroffen sind, was ja sein kann, dann sollte man auch alles dafür tun, dass die von abgehalten werden. Ich meine, dass ein 15-Jähriger vom Alkohol abgehalten wird, da zweifelt ja auch keiner dran. Oder ein 14- oder 13-Jähriger, dass das sinnvoll ist. Sollte man das bei Cannabis nicht auch tun? Meine persönliche Meinung ist, wenn man die jungen Leute anspricht und sagt, lass das, das ist wirklich gefährlich. Ich meine, wissenschaftliche Studien gesehen zu haben, dass gerade bei den ganz jungen Leuten, wirklich gefährlich ist, halte ich das für sinnvoll. Wenn es allerdings nachher bei den Älteren um die Legalisierung geht, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber tendiere nach dem, was ich gelesen habe, schon eher dafür, dass man da dann auch dahin kommen könnte, dass man sagen kann, ja, das ist mit Alkohol gleichzusetzen. Ich weiß nicht, was das dann wieder für Probleme geben kann mit den Jungen, wenn das alles so frei verfügbar ist und dass das dann da große Schäden auslösen kann. Das sind da wieder eigene Diskussionen, aber die Diskussion ist freigegeben, also unten auch in die Kommentare. Das kann ruhig eine ausgewogene Diskussion werden, denn so einfach ist die Frage natürlich nicht zu beantworten. Bevor ihr anfangt zu diskutieren, lasst gern ein Abo da, falls euch das Thema gefallen hat. Wir werden auf alle Fälle dranbleiben und über die Thematik weiter berichten. Das ist erstmal die neue Kampagne. Ich habe es erwähnt, weil es euch künftig hier auf YouTube häufiger jetzt noch unterkommen wird. Das scheint mir eine sehr groß angelegte Kampagne zu sein. Ich hatte es heute Morgen in meinem Lieblingspodcast Steingarts Morning Briefing gehört und bin dann direkt mal heute auf die Seite des Gesundheitsministeriums gegangen und siehe da, da war dann auch die Pressemitteilung. Aber so weit müsst ihr gar nicht gehen. Ihr müsst nur unten hier die Links anklicken. Da ist auch alles zu finden. Euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.